Jürgen Klopp warnt den FC Liverpool trotz bisher ungeschlagener Saison. Jürgen Klopp steht mit dem FC Liverpool vor der ersten ungeschlagenen Hinrunde der Vereinsgeschichte. Weil er warnt vor einer falschen Sicherheit im Meisterrennen. Liverpools Teammanager Jürgen Klopp bleibt trotz der Tabellenführung seiner nach wie vor ungeschlagenen Rätts in der Premier League zurückhaltend. Niemand darf sich zu sicher fühlen, und niemand sollte denken, dass er aus dem Titelrennen raus ist, sagte Klopp Anzeige. Hier geht's zu Klopps Biografie, Powered by Contexta, dessen Mannschaft zum Hinrundenabschluss am zweiten Weihnachtstag an der heimischen Enfield-Rot gegen Newcastle United spielt. Die Premier League-Highlights des 18. Spieltags, Dienstag, 25. Dezember, ab 15.45 Uhr im TV auf Sport 1, sollte der FC Liverpool gewinnen, wäre es in der Premier League-Historie des Vereins die erste Hinrunde ohne Niederlage. Im Dezember noch ungeschlagen, das habe ich nicht allzu oft in meiner Karriere erlebt, sagte Klopp, wir haben es bisher sehr gut gemacht, und wir müssen es ab jetzt noch besser machen. Das ist unsere Herausforderung. Im Achtelfinale der Champions League ist der FC Liverpool Gegner von Bayern München. Das Hinspiel findet an 19. Februar an der Enfield-Rotstadt, das Rückspiel am 13. März in der Allianz Arena. Das ist unsere Herausforderung.